Die Sommer werden immer heißer, sei es in den eigenen vier Wänden, in der Gastronomie, am Arbeitsplatz oder auch in der Industrie. Ein optimales Raumklima ist in allen Bereichen ein absolutes Muss. Doch leider sieht es oft anders aus. Eine hohe Luftfeuchtigkeit und erhitzte Räume bringen uns zum Schwitzen und rauben uns ein Stück Lebensqualität. Eine Klimaanlage ist hier die Rettung und bringt Ihnen ein prima Klima zurück. Wir haben die maßgeschneiderte Lösung für Sie. Wenn Sie sich für einen einwandfreien Service, fachliche Kompetenz und erstklassige Beratung rund um Klimaanlagen und Kälteanlagen interessieren, sind Sie bei uns genau richtig. Neben der Beratung, Planung und Installation von Kälte- und Klimasystemen übernehmen wir auch zuverlässig die regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Anlagen und schaffen so die Basis für einen reibungslosen und störungsfreien Betrieb. Das Firmenziel war und ist zufriedene Kunden. Sie haben Fragen oder möchten unseren Service in Anspruch nehmen? Kontaktieren Sie uns gerne. Ausgehend von unserem Firmenstandort in Köln sind wir über die Grenzen des Rheinlandes tätig. Und für Sie da!